Hallo, mein Name ist Thorsten Zeller und ich bin Geschäftsführer der Atoka GmbH AllesKlima. Wir sind ein führendes Unternehmen in NRW im Bereich der Privatmarktklimatisierung mit den Standorten in Herten, Dortmund und Münster. Wir stehen hier vor unseren Atoka Show-Trucks, in dem wir euch die Daikin-Klimageräte auf Messen und Veranstaltungen hautnah präsentieren können. Ich möchte gerne in den folgenden Serien die einzelnen Produktlinien der Daikin-Wandklimageräte euch näher erläutern. Wir stehen hier vor unserem Designgerät Daikin Emura FTX-J. Das elegante und geschwungene Design ist extra für den europäischen Markt konzipiert worden und ist mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet worden. Es gibt zwei Ausführungen in Marktweiß sowie in Aluminium gebürstet. Die Geräte sind von 2 bis 5 kW Kälteleistung erhältlich und können auch mit bis zu 5 Innengeräten an eine Multistritt-Außeneinheit angeschlossen werden. Im ausgeschalteten Zustand ist das Gerät komplett verschlossen. Schalten wir es ein, fährt die Ansaugblende nach vorne und die Ausblasblende fährt unter diese und legt die Luftleitlamelle frei. Natürlich ist das Gerät auch flüsterleise und hocheffizient. Hier sehen wir den intelligenten Bewegungssensor, der den Luftstrom in Bereiche richtet, in denen sich keine Personen befinden, um Zugerscheinungen zu vermeiden. Serienmäßig an Bord ist der WiFi-Controller, von dem ich die Anlage von jedem beliebigen Ort steuern kann. Egal für welche Geräteserie ihr euch entscheiden solltet, ihr könnt sicher sein, dass ihr mit einem Daikin-Klimagerät ein professionelles, energieeffizientes und flüsterleises Gerät bekommt. Ich hoffe, das Video war hilfreich und wir haben euch ein wenig durch den Daikin-Typen-Dschungel leiten können. Euer Atoka Team Ansaugblende